Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich lebe schon mit dem Holzmied. Ja, von mir ist in Zirmen schon ein Stück sehr toll. Und ich arbeite fast jeden Tag mit Zirmen. Und eigentlich, wie ich weiß, sonst bin ich nicht ganz nervös. Am Anfang habe ich eigentlich ganz klar. Das erste Dreinbänkel habe ich mich selber aus Holz gemacht, weil bei meinem Lehrbetrieb nicht alle Drechseln angeteert. Ja, wer bin ich? Ich bin der Fritzky aus dem Zirmen. Ja, bei uns hier in Zirmen wächst der Zirmen eigentlich viel unter der Zirmen nach Schachtweg hinein. Rheinswall, Dornhölzachse, ich erzähle mir auch, das sieht man ganz gut auch. Das ist die Hinterstimpanz drin, allem auf der Zunseite, in welcher Seite auf der rechten Seite seien die Zirnwälder. Das ist ganz typisch, die fünf Nudeln in Arm, Beckel, für den Zirmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fred, guten Morgen! Ja, hoi Fritz! Guten Morgen! Was verschafft man dir? Grüß dich! Grüß dich! Ja, die Zirmen brauchen wir also! Ich tue an allem etwas passendes für dich. Ich tue jetzt schmecken. Ich tue einfach ziemlich herziger. Ich tue einfach ziemlich herziger. Schmeckt auch wie besser. Ich tue einfach das perfekte Holz. Ein schiedickes Schüsselholz hat schon eine Lägerzeit zwischen 5 und 7 Jahren. Man soll sich die Zeit nehmen für das. Weil, äh, man kann das eigentlich alles viel früher schneller machen, nicht? Dann verdunstet mir das ganze Herz und nachher allein mal leeres Stroh. Man hat niemand das, für was man oben könnte. Man isst einen Äpfel, ich glaube in Äpfel im Herbst und nicht im August oder im Juli, wenn er noch nicht reit ist. Wenn der Bärm 300 Jahre gewachsen ist, dann sollte man nicht allein das Filet ausschneiden. Das wird fast alles, eigentlich verwendet wird bei mir. Wenn der Bärm 300 Jahre gewachsen ist. Je größer drast, wie schöner das Objekt wird, für die Leute ihn zu verstehen, nicht? Die ihn nicht verstehen, dann gibt es Kunststoff. Zwischen Holz, Werkzeug und Mensch, das muss wie eine Einheit werden. Das geht durch den Kopf, durch die Hand und wird dann auf den Holz übertragen, nicht? Wenn das gut geht, dann gibt es schöne Sachen, wenn der Kopf gut ist. Wenn es eine Universitätsstudie gibt, dann ist man ungefähr auf dem Punkt, wie man vor 100 Jahren gewesen ist, dass man wieder auf der Natur mehr achtet und der Film hat einfach die Eigenschaften. während ein Zirnholzschlafzimmer schläft. Schlagsherz bis zu 10 Prozent weniger öffnet. Und äh, die Gesellschaft ist auch sehr nervös und es ist gut, wenn sie ruhig erwacht, nicht? Ja. 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 Ja.